Herzlich willkommen hier im Niederrheinischen Museum in Kevela. Ich befinde mich hier in der Ausstellung Anderwelt des Künstlers Paul Janssen-Springer und bin umgeben von seinen Arbeiten. Aufglasmalereien, Glasmalereien und Zeichnungen befinden sich hier an den Wänden. Für Sie, denn Sie sollten sich diese Objekte wirklich einmal im Detail anschauen. Sie werden im ersten Moment denken, dass es abstrakte Arbeiten sind. Doch das ist gar nicht unbedingt der Fall. Formen, Figuren, aber auch ganz unterschiedliche Farbgebungen entwickeln sich beim genaueren Betrachten der Arbeiten. Und damit Sie sich diese Objekte anschauen können, müssen Sie nur eines tun, nämlich vorbeikommen. Dabei gibt es natürlich im Moment ein paar Regelungen. Informieren Sie sich einfach über unsere Internetseite oder rufen Sie uns an, dann bekommen Sie nähere Informationen, wie Sie sich diese Ausstellung, aber auch unseren Dauerausstellungsbereich näher anschauen können. Wir das Museumsteam freuen uns nämlich sehr, Sie endlich wieder begrüßen zu dürfen.